Also ich meine, wenn die Haare natürlich jetzt extrem ölig oder fettig sind, dann sollte man natürlich die Haare dann wahrscheinlich jeden Tag waschen. Aber ich bin auch schon der Meinung, dass also weniger ist bei feinen Haaren, glaube ich, ein bisschen mehr auch. Also also eher vielleicht nur dreimal die Woche, wenn man das für sich selbst dann auch so dann ertragen kann, weil das ja auch so ein persönliches Gefühl dann einfach. Aber ich glaube, das langt dann glaube ich schon.